Ich zeige euch, wie man dieses Herz erschaffen kann, indem man TNT explodieren lässt. Wir platzieren hier einfach an diesen roten Stellen ganz viel TNT. Also alles muss ausgefüllt werden, was hier quasi rot markiert ist auf dem Boden. Und jetzt platzieren wir über das ganze TNT schön viel Redstone. Wir müssen auch an zwei Positionen einen Schalter platzieren. Einmal hier und einmal hier. Müssen wir erstmal hier das TNT zünden, warten ganz kurz und zünden dann hier das TNT. Und ihr seht schon, jetzt wenn wir das ganze explodieren lassen, Bäm, wir haben einfach hier ein mega cooles TNT Herz erzeugen können.